Dein Video läuft auch schon mal? Ich hab's halt nicht im Gesicht um Gottes Willen. Ich bin nachher auf deinem Full HD Fernseher oder was? Ja, das macht ja nichts. Okay, einmal den Kopf ein bisschen einziehen, sonst haben wir gleich eine Rolle im Bild. Und noch einen Schritt. Oh, irgendeine schicke Sachen gemacht haben. Eingewendert. Ich lass dich jetzt mal gut offen ziehen, ja? Ja, danke. Dass er sich freut, dass er überhaupt fliegen darf. Nö. Naja, er ist schon dreimal hier und hab schon zwei anderen überlegt. Ist nicht wahr. So. Ich losse ab auf den Bauch mit dir. Wenn ich das höre, das geht ja gar nicht. Gut, Akku zusammen und beide andere. Warte, ich bin so ein bisschen ruhig. Hier ist das Koppel. Da feste ich jetzt richtig. Bis davon durch. Cool. Na, Mil. Cool. Sehr schön. Dann lässt du bitte den ganzen Zug verdienen, mit dem du sie jetzt hast. Ja. So los ist es. So los ist es. Ja. Wenn du vorhin bist, dann kannst du die Arme auf. Machst du die Arme auf. Ja. Hier vorne. Das weiß ich auch so. Das weiß ich jetzt. Genau. Dann holst du euch das. Ja, ich hab mich. Da nehmen wir das. Und machst du die Arme auf. Ach ja. So ist es richtig. Genau. So kann ich wieder raus. Ganz gut. Ja. Ganz gut. Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Weiß ich raus. Nehmen wir. Oh, weiß ich raus. Arme raus. Ja. Dann lässt du ganz gut das Arme rein. Ja. Dann lass ich auch noch so lange liegen. Bitte, ich will da was anderes kurz sagen. Mach vor. Gut. Ja. 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 Und sich kurz in den Flanenbappen? Ja. Ja. Vielen Dank. Na, jetzt will ich doch noch ein paar Sekunden warten, bis das Floß seinen Kurs wieder hat. Nicht, dass ihr da noch ein Passagier aufsammelt. Ein Anhalter. Genau. Ein Dolmchen raus, das geht. Gut, Bruder, du rechst dann deine Arme rein. Und dann ist es bloß euch drei, zwei, eins. Wir haben euch noch ein paar Sekunden. Okay. Woo! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020